Musik Ulrich Deppendorf, die Piraten haben die Hauptstadt geentert und wollen nun auch in der Bundespolitik eine größere Rolle spielen. Sind die Größen wahnsinnig? Naja, ein bisschen glaube ich jetzt im Moment schon. Das ist jetzt so eine Welle, eine riesige Erfolgswelle nach Berlin. In Umfragen liegen sie auch bei 8 Prozent im Augenblick. Dass sie dann gleich sagen, wir könnten uns auch Koalitionsverhandlungen vorstellen auf Bundesebene, ist vielleicht ein bisschen too much im Augenblick. Aber ich würde auch nicht sagen, dass man sie unterschätzen soll. Was macht die so erfolgreich? Naja, die sind, das ist eine Generation, die mit Internet aufgewachsen ist. Die spricht die Generation an, die mit Internet arbeitet. Wir haben jüngere Leute, die sehr stark auf Transparenz setzen, die die Schnauze voll haben, sage ich mal, von Politik im Hinterzimmer. Die auf Daten mehr Daten haben wollen, die mit Facebook kommunizieren, die aber jetzt keine Links- oder Rechtsextreme sind, sondern erst mal fixiert auf dieses Internet, auf Politik transparenter zu machen. Und sozialliberale nennen sie sich ja zum Teil. Also da hat eine andere liberale Partei ein bisschen geschlafen. Heute bei der Bundespressekonferenz, die erste, die die Partei jemals gegeben hat. Da war noch ein bisschen nervös. Da hat die Bundesgeschäftsführerin Marina Weisband die Bedeutung des Internets und die Rolle der Partei noch mal erklärt. Hören wir mal rein. Das Internet macht ganz neue Dinge möglich. Wir können jetzt in Echtzeit von überall, von der Regierung, direkt Informationen bekommen. Wir können jederzeit selbst am Diskurs teilnehmen. Da haben die anderen geschlafen, oder? Ja, klar, ich meine, das sind jetzt nette Sätze auch, muss man sagen. Also, wenn Sie sagen, Sie können von der Regierung alle Informationen bekommen, so ist es ja nun auch nicht. So soll es aber sein, sagen die Piraten. So soll es nach deren Sätze sein. Die Frage ist, ob das auf Dauer Sie nicht auch merken, dass nicht jede Information oder nicht alle, das mögen die jetzt nicht gerne hören, die uns vielleicht von den Piraten zuschauen, dass nicht alle Informationen, auch Staatsgeheimnisse, die gibt es ja nun mal, in ein Netz gestellt werden können. Ich erinnere nur mal an bestimmte Situationen, wo es gar nicht anders geht. Dass ein Staat auch mal sehr geheim tagen muss. Ist die Vorstellung? Aber rechtlich ist es, dass sie mehr drin haben wollen, dass sie mehr beteiligt werden wollen. Dass ein Staat oder die Parteien mehr mit den Leuten kommunizieren müssen, Ratssitzungen offener werden, vielleicht auch eines Tages mal in bestimmten Maße Kabinettssitzungen. Das kann man nachvollziehen. Das trifft im Moment eine Generation, ja. Ist diese Vorstellung von Transparenz naiv? Schwer zu sagen, also ich glaube, so wie Sie es jetzt sagen, noch eher ja, in dieser absoluten Konsequenz. In dem Gedanken dahinter, möglichst viel Transparenz zu haben, glaube ich, ist es nicht mehr so naiv. Wir belächeln das jetzt vielleicht noch. Wir haben auch die Grünen belächelt, als sie am Anfang angefangen haben. Die haben gestrickt und haben dann irgendwie gesagt, wir sind jetzt gegen Atom. Und haben irgendwelche schönen Liedchen gesungen und sind aufs Feld gezogen. Wir haben gesagt, guck mal, was machen die denn da? Und auf einmal waren sie da. Sie hatten vielleicht eine noch stärkere Grundidee, als die jetzt haben. Aber man darf das nicht unterschätzen, weil es ist jetzt eben ein Zeitalter des Internets, all der Fragen, die damit zusammenhängen, der schnellen Information, der besseren Kommunikation. Da gehen die rein. Ob sie bei allem bleiben, was sie jetzt fordern, wage ich mal zu verzweifeln. Und auch da haben ja mal die Grünen hier und da auch mal dann ein bisschen zurückgesteckt in ihrem späteren Leben. Nach der Berlin-Wahl, da haben sich zwei Abgeordnete zu Wort gemeldet. Da konnte man auch denken, vielleicht sind sie ein bisschen naiv. Wir hören mal rein. Ich mache halt ein bisschen Politik und versuche das irgendwie möglichst gut zu machen. Und es kann auch gerne so ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig sein. Also was ist eine kleine Anfrage? Also die Bürger sind ja auch so ein bisschen so. Sie blicken nicht mehr richtig durch. Die Politik ist abgehoben. Entscheidungsprozesse sind undurchschaubar geworden. Das ist sympathisch. Aber reicht das, um Politik zu bescheiden? Nein, das reicht sicherlich nicht. Das reicht sicherlich nicht. Das wissen die auch. Das kam ja heute auch ein bisschen mal bei der Pressekonferenz durch. Da sind ja auch ein paar dabei, die schon ein bisschen weiter sind als vielleicht der eine oder andere noch naiv erscheinende. Nein, das reicht nicht. Die müssen relativ schnell auch die anderen Gebiete, Politikgebiete besetzen. Nur Internet, nur Freiheit im Internet, nur diese Kommunikation, diese Transparenz zu fordern, das reicht nicht für ein gesamtes Programm. Es gibt ja noch ein paar andere Forderungen, zum Beispiel kostenlosen WLAN-Anschluss für alle, kostenlose Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Gut, das haben ja andere Parteien auch schon mal gehabt und dann wird man merken, wenn man dann in der Verantwortung mal sein soll, dass alles, manche Blütenträume eben nicht zu bekommen sind. Das heißt, kostenlose Verkehrsmittel, da musst du Steuern erhöhen. Also kann man ja vieles sich ausdenken, wie das finanziert werden soll. Also da werden die noch lernen, aber ich glaube, die Grundidee, das sollten alle Parteien, egal ob FDP, SPD, Grüne nicht unterschätzen, hauptsächlich aber Grüne und FDP, da ist ein Potenzial an Wählern, was mit unzufrieden ist, was aber politisch denkt, was hier und da wirklich andere Ideen hat und was ein Gefühl im Moment von jüngeren, auch, ich sag mal, intellektuelleren Leuten trifft, da haben die anderen gepennt. Ihre Prognose zum Schluss, werden die in den Bundestag einziehen bei der nächsten Wahl? Wann immer die sein werden? Also, ich sag mal, das hängt sehr stark davon ab, ob sich die andere Partei, vor allem die FDP, wiederholt, erholt, nicht wiederholt, erholt. Im Moment würde ich sagen, so wie die drauf sind, mit diesem Rückenwind, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass die mit einem knappen Ergebnis in den Bundestag kommen. Wir werden es beobachten. Bei Beppendorfs Woche, immer auf 1 extra aktuell und bei Tagesschau.de. Beppendorfs Woche, immer auf 1 extra aktuell und bei Tagesschau.